So Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot und zwar diesmal mit einem etwas anderen Gast der eigentlich gar nicht dazu passt, weil der eigentlich gar nicht mitmacht, aber weil ich gerade mit ihm telefoniere über Skype, ja, passt das ja. Also, ja, Let's Play Digi. So. Und radikal erlernt, wie wir eigentlich wissen, dass ich weiß es, ich habe nachgesehen, Sarschneider, scheiße. Das ist gar nicht gut, ich mag die Attacke nicht. Warum ist es ausgerechnet, man radikal lernen? Und ich kann mich nur so zu informieren, ich kann mich überhaupt nicht mit Pokémon aus. Gut, ähm. Guck mal, ob wir, ähm. Warte, da oben, wir haben schnuppt, wir haben, wir haben einen Stutz, okay, da gehe ich Ihnen nochmal neu einkaufen. So. Bisschen Geld rausschmeißen, wir haben sowieso so wenig. Schutz. Wie viel will ich kaufen? Komm, 20 müssten reichen. Wir müssen dann sowieso noch dort den Fels-Tunnel und den hasse ich. Hm, nicht, nicht. Nur so, ähm, dieses, also was jetzt geschehen wird in dem Spiel, das weiß ich nur, weil ich bei meinen Küsse gespielt habe, das, sonst wäre das auch blind, für mich. Äh, nein. Ja, blind, blind. Blind, aber ich kann auch eine Augenbinde anziehen, dann wäre es jetzt auch blind. So, dann benutzen wir mal Schutz, wir haben ja 21. Schade, passt nicht mehr. Irgendetwas stimmt nicht. Entweder sind die Dictrees stärker geworden, oder unsere Pokémon sind so schlecht, dass... Scheiße. Das ist Scheiße. Donner Schock! Und Pikachu ist tot! Nein! Und du bist paralysiert. Yay! Ich habe keinen Plan, was du da sagst. Scheiße! Ja, also, wir haben einen Karpfen und Fred. Toll. Toll. Scheiße! Unsere Pokémon sind schlechter, als es überhaupt geht. Geil. Das ist doch mal geil. Also, das Sex-Jopec. Okay, ich habe wenigstens einen Tunnel gefunden, wo ich trainieren kann. Aber gut, dass wir einen Garados haben, was sich so auf und gar nichts bringt, weil wir sowieso schon Wasser-Pokémon haben. Und wenn wir jetzt noch ein Wasser-Pokémon dazu kriegen, bringt sich das so auf und gar nichts. Und wenn wir dann zwei Wasser-Pokémon zu haben und kein einziges Feuer. Ich setze das Schneider ein, mein armes Radikal. Wieso haben sie ihm das nur beigebracht? Ich hasse sie jetzt. Ich hasse euch alle. So, Sex-Jopec fertig. Wollte ich nur so sagen. Okay. Ich schick's dir mal wieder. Jetzt nicht. Ich will mich gerade unterm Video machen. Okay. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich Blitz herkriegen soll. Blitz? Ja, das ist eine Attacke. Blitz! Jetzt fällt mir gerade ein, ich könnte die Pokémon heilen. Und ich habe noch gar nicht nachgesehen, ob schon jemand in Orden gemacht hat. Ich glaube ja mal schon. Scheiße. So, vier Minuten verschwendet, das ist prima. Und genau macht... So, nachsehen. Wir haben noch immer zwei Orden. Das ist gut. Dann kann ich ja vielleicht mal den nächsten machen. Das wäre mein erster. Mhm. Das ist nur die Frage, wo muss ich hin? Ich könnte mal dazu den Haus dahin gehen, wenn wir schon unser Schneider haben. Dann würde ich den Part Erkundungen nennen. Was ich so viel bringe. Oh, der Mondstein. Okay. Alter... Alter Einstein. Okay. Cool. Keine Ahnung, was es bringen soll. Auf jeden Fall haben wir ihn. Toll. so dann guck ich mir mal die Pokémons an ja das stärkste ist zum Glück mein Radikal darüber bin ich sehr stolz denn das hat ich mir gefangen ohne mich wäre ihr jetzt hilflos den Fängen der Wildnis ausgeliefert so eigentlich müsste ich hier jetzt ah ja nee das hat mir nur sich zerschneider lernen kann toll hat man radikal gelernt zahlen dank die sie fällen ich bedanke mich recht herzlich bei dir ah hier 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 so jetzt die Sache scheiße ich muss ein Pokémon mehr fangen dann bekomme ich die Attacke Blitz yes bringt sich sowas von was gut welches Pokémon fange ich mir denn jetzt hab grad keine Lust irgendeins hoch zu trainieren auf dem Level Up wär natürlich gut für den Orden also den wir so das was jetzt hier auftaucht fange ich mir Radbratz toll habe ich schon komm ich fange jetzt einfach so aus Lust und Launen taub sie komm schon yes so als Rache dass die sie fällen mir ähm mein ähm ging bei einem Rad rad radikal meine ich zerschneider beigebracht hat das Rache mhm und das nenne ich jetzt extra die sieben ein tausend er hasst taub sie geil scheiße ich hab kein Spitznamen ach vergiss es nenn es Pokémon Iggy falls du noch einen Namen übrig hast du noch einen brauchst ich hab keinen Namen gegeben so erinnerst du mich an nicht und ich sehe verschiedene bla 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 ATM 5 ja hier hier toll yes das System Blitzes kann Höhlen da leuchten wow so 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 ein Pokéball äther cool noch ein Pokéball Paraheiler cool zeigst du zu allem cool noch ein Pokéball scheiße cool so 8 Minuten verschwendet und ich würd gern noch den Festtunnel anfangen der Tanja City wo bin ich jetzt ja in die Tanja City oder das heißt wo denn sonst und den Weg schneiden hm warte mal kurz ich könnte den Weg jetzt eigentlich durch den Felstunnel schneiden weil gesehen habt ihr ihn ja aber ne komm schneiden verboten das ist jetzt so eine Regel die habe ich gerade aufgestellt und die bleibt jetzt auch wäre natürlich gut für mich wenn ich jetzt schneiden erlaubt hätte aber wenn ich ein bisschen Team Rocket verkloppen Team Rocket Ordnung weiß gar nicht von ganz kurz reden die 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 wettbewerbs die 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 tschuldigung scheiße es lebt sich ein überzahn geht daneben schauklar scheiße es hat mich fast umgebracht es gäbe sich wieder ein scheiße ich werde jetzt sterben geht daneben kommt jeder neben schaufler scheiße flucht unmöglich aquawelle was probiert danke voll treffer scheiße so töte es töte es ja ist level ab bringt mir so viel bringt nur die sieben was mir bringt das gar nicht so aus hier auf zum fels tun würde ich sagen wo ist der er ist irgendwo oben soll jetzt kann ich hier herumrennen werden die anderen dann wieder den lobe bekommen weil sie das dann fertig machen dass ich hier angefangen habe das liegt nicht so was von hau die 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 aber ich werde meine zeit komplett ausnutzen bis 15 30 werde ich jetzt spielen das sind genau noch vier dann habe ich ja noch was hier das leben mit dem die zwei andere boke man sie nicht mal auf teamniveau bringen ich mach's auf jeden fall nicht eine schön selbe machen 2 komm nach vorne pikachu das mit kaschus weißt du aber oder ja okay das bedeutet kämpfen das bedeutet die anderen werden kämpfen und ich werde mir dann den lohn einschätzen ein Kampf gegen Gary und ich werde sie gewinnen wow weißes Pokémon vorne glaube ich und die Platschule verliebt jay, 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 ich könnte jetzt auch den anderen einfach so hier im Kampf auslassen und nicht gemein werden weil meine Pflicht ist gegen genau drei Minuten drei Sekunden erfüllt ja jetzt werde ich erfüllt jetzt könnte ich den anderen eigentlich rauslassen aber ne komm ist ja ein Let's Play Together und ich will es auch ausnutzen die Zeit wer ja sonst blüht ja ich werde noch Gift verletzt und ich werde nicht mehr noch Gift verletzt die Attacke von mir geht daneben, ich drehe gleich nur ab ich glaube ich lass den jetzt echt hier raus dann verliere gegen den Giraffler und schlechtes Pokémon das ich sowieso hasse ja mir würde es nichts ausmachen ist ja nicht mein Sterbedienst ist ja eher dann gestorben, nicht ich ach komm schon das Mirabla wirst du wohl töten können so soll ich jetzt noch einen anfangen oder soll ich es jetzt lassen ach komm ich fang einen noch an ich muss den anderen dann sowieso ja da rauslassen Schnabel das ist sehr effektiv Wickel so ich werde es denn an ich werde jetzt noch den Kampf vollenden und dann aus vorbei dann schicke ich dem Dramex den Save und ja und machst mir ein Background ja ach komm das Mirabla besiegen wir oder ich sterbe zuvor das könnte auch sein scheiße hab ja unbedingt anfangen müssen und Game Over das war es mit dir so wen gebe ich denn die Punkte ach komm Pikachu los du kriegst die Punkte du hast zwar gar nichts getan für den Kampf aber du kriegst die Punkte so gehört sich das ja auch heutzutage komm schon 19 20 komm schon beeilung zack und damit beende ich diesen Part